Dann... Dann hat sie... Es stimmt. Du hast... Ausgerechnet mit Friederike Susanne, bitte glaub mir, es tut mir leid Unter normalen Umständen wäre das doch gar nicht passiert An diesem Abend, da... da war ich irgendwie total neben mir Wegen dir und Lars und... Ich brauchte an dem Abend einfach eine Schulter zum Anlehnen Wenn es nur bei der Schulter geblieben wäre Susanne, glaub mir, das hatte wirklich nicht die geringste Bedeutung für mich Ich... ich weiß selbst gut genug, wie Frederike einen manipulieren kann Trotzdem... ... dass du mit ihr geschlafen hast Das hatte eine Bedeutung Nein Ich liebe dich Susanne Warum hast du es dann getan? Ich verstehe es nicht Ich brauchte dringend jemanden und sie war da Glaub mir, ich weiß selbst, wie bescheuert das klingt Allerdings Susanne, ich... ... anfange an Versuchen, mich weiterzubringen Mit allen Mitteln Und du wusstest das und trotzdem... Ich war mir so sicher, dass du mir das nicht antun würdest Ich hab dir vertraut Ich... Es war wohl ein Fehler ...